Ja, ich bin der Daniel Antosch. Ich komme ursprünglich aus Wien. Ich bin Daniel, 18 Jahre alt. Mein Name ist Luis Fernando Vazquez. Hallo, ich bin der Alexander Briedl. Ich bin 18 Jahre alt und komme ursprünglich aus Salzburg. Gleich vier Top-Talente aus den Reihen des österreichischen Meisters fanden den Weg von Salzburg nach Horn. Seit Beginn der früher Saison tragen Daniel Androsch, Daniel Ovuso, Luis Fernando Vazquez und Alexander Briedl das Trikot des SV Horn. Ich habe fünf Jahre bei Rapid Wien gespielt. Bin dann mit 14 nach Salzburg gegangen, in die Red Bull Akademie in Liefering. War dort sieben Jahre lang und jetzt habe ich halt den Schritt im Winter gewagt zum SV Horn. Als mich Red Bull verpflichtet hat, waren dort viele Spieler. So entschieden sie, mich hier Spielpraxis sammeln zu lassen. Ich wurde lange von Salzburg gescoutet. Sie haben meine Qualität gesehen und mir einen Vertrag angeboten. So ist es zustande gekommen, dass ich jetzt hier Spielpraxis sammeln soll. Ich habe meine gesamte Jugend eigentlich bei Red Bull gespielt, seit der O6 bis zur Liefering. Und ja, jetzt bin ich da in Horn. Neben Spielpraxis sammeln und trainieren im Waldviertel bleibt aber auch noch ein wenig Zeit, die unsere Neuzugänge ganz unterschiedlich nützen. Ja, das meiste, womit ich in meiner Freizeit verbringe, ist Playstation spielen, Autofahren und ja, sonst halt einkaufen gehen, shoppen. So Sachen. Eher chillig. In meiner Freizeit nehme ich mir einen Ball und trainiere das, was mir noch fehlt. Ich bin eine spaßige Person und habe auch in meiner Freizeit gerne Spaß. Außerdem lese ich gerne und schaue fern. Mit dem Gepäck haben unsere vier Kooperationsspieler natürlich nicht nur Spaß und Freizeit, sondern vor allem auch persönliche Ziele. Ja, natürlich mit der Mannschaft so viele Spieler wie möglich zu gewinnen. Meine persönlichen Ziele sind natürlich, super Leistungen zu bringen, im Training und auch in die Spiele. Und ich denke auch, dass das erreichbar ist, dass wir mit SVH noch weit oben dabei sein könnten, wenn jeder seine Leistung bringt und wir als Mannschaft gut funktionieren. Ich bin Stürmer. Ich habe viele Tore zu schießen. Das ist mein Ziel. Ich möchte einen Stammblatz gewinnen und das mit meiner Leistung bestätigen. Es ist wichtig, dass ich mit guten Leistungen die Mannschaft unterstütze und wir eine positive Saison abschließen. Horn bietet mir eben die Möglichkeit, dass ich in der zweiten Liga spiele und mich hier etabliere. Und ja, ich mag mit Horn eigentlich das Bestmögliche erreichen, weit oben in der Tabelle zu stehen dann am Schluss von der Saison.